Frau Wieger, Frau Kreiling, Frau Morgam, Herr C., Herr Dr. Gebhardt, Herr Pastig, Herr Volk und Herr Pogol verabschieden. Wir hoffen, dass auch Sie eine wunderschöne Zeit an der LTS hatten und Sie diese Zeit in Erinnerung behalten. Darüber hinaus möchten wir uns auch bei einigen Lehrern und auch Eltern bedeuten. Ein großer Dank geht erstmal an Herrn Becker, denn ohne seine jahrelange Erfahrung und sein Engagement hätten wir diesen Abend nicht so hinbekommen. Vielen Dank! Danke auch an Frau Hedrich, die uns ebenfalls unter die Arme gegriffen hat. Wenn es einmal knifflig wurde, hatte sie einen Tipp herab. Danke! Ein großer Dank geht auch an Frau Bärung und an Herrn Bartag, der leider nicht anwesend sein kann, da sein Sohn ebenfalls von seiner Schule abgeht. Sie waren wirklich immer für uns da und Sie haben uns bei allem geholfen. Vielen, vielen Dank! Und natürlich möchten wir uns auch bei Herrn Horst bedanken, denn auch Sie haben uns sehr oft unter die Arme gegriffen und uns bei schwierigen Situationen geholfen. Danke! Ein großes Dankeschön geht aber an den Schulelternbeirat, der uns sechs Jahre lang unterstützt hat. Danke! Danke auch an alle Eltern, die uns immer zur Seite standen und uns geholfen haben, wenn wir nicht weiter wussten. Und wie man so schön sagt, das Beste kommt zum Schluss. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle noch einmal herzlich bei unseren Klassenlehrern, Frau Michel, Frau Raffi, Frau Klöß, Frau Schmidt und Herr Lenkel, die uns sechs Jahre lang beiseite standen und uns dabei geholfen haben, unsere Freundschaften, äh, unsere Fundamente für unser späteres Lebens zu schaffen. Auch wenn Sie es nicht immer leicht hatten mit uns, Karoten, denken wir jedoch, dass es trotzdem eine schöne Zeit war mit Ihnen. Wir werden Sie vermissen. Lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen alle verschiedene Wege, jedoch gehen wir alle als LTSler in die Welt. Danke!